Der Light, der Promise of Safety. Der hier ist übel. Wir holen mal einen vor. Am liebsten wären wir eigentlich der. Ach, der, wie das setzt sich. Ne, ich möchte hier... Ja, der macht mal Schockfleisch. Ist nicht gut. Oh, ich bin begeistert. Bin begeistert. Bin begeistert. So. Lünner Gift. Wie viel hat er jetzt? Vier. Einer. Es fehlt ihm einer. Es fehlt ihm einer. Zwei Schaden, die Runde. Ich weiß, dass du die Blutung nicht stillen kannst. So, jetzt müssen wir die noch holen. Wie sehr die uns schwächen. Hier, schau dir mal hin. Ist ja schon fast nicht mehr normal. Nett. Komm, wir holen den erst mal vor. Keine Chance. Ist im Grunde... Völliger Quatsch. Und er widersetzt sich auch noch. Rotes Blut. Überall. Warte mal. Du... Könntest deine Blutung stoppen. Und peitschen. Und jetzt blutet alles. Okay. Na ja, durch die ganzen Minuspräzisionen und das Ganze... Oh, jetzt wird's übel. Und jetzt so mit einem Mal wird's plötzlich komplett übel. So, wartet mal. Hier, wie hier. Obwohl. Nee, eigentlich. Der hier lieber wäre. Ach, nicht nochmal. Wie oft bist denn du dran? Ach so. Wie viel Panik. Und vor allen Dingen, was der uns an Stress hier macht. Finde ich echt ein bisschen offig. Wie oft die dran sind. Sechs. Schaut mal hin, wie die uns jetzt hier... Wie die uns jetzt hier... So... Na, mitgespielt haben. Ach. Diese... Diese idiotische Dreiergruppe hier. Wie kann man... Wie kann man einen denn so mitspielen? Ähm... Das ist halt ein... Das war's dann mit ihm. So, jetzt muss ich schauen. Okay. Wir haben ja noch Heile hier. Wie viel hast denn du? So, sick Schaden. Das ist schlecht. Ich hoffe, es kommt nicht noch irgendjemand. Ach. Oh, noch Bluten. Bitte. Wir haben es mal braucht. Na. Wir haben es nicht braucht. Dann ist ja alles in Ordnung. Great is the weapon that cuts on its own. Tja. Lass ich alles da. Das ist ja traurig noch ein bisschen. Schon ein bisschen traurig. Äh, wo haben wir's da? So, mein Freund. Dann fangen wir an. Ich fange rein, was reingeht. Gift. So viel Gift. War nicht immer Labyrinth-Gift. Naja, sei's drum. Oh, jetzt kommen richtig viele Kämpfe. Richtig schwerer wahrscheinlich. Ähm. Moment. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben zwölf und sechs. Dann kann... Kannst du noch mal essen? Schade eigentlich. 80? 70? Ja. Eigentlich würde ich gerne dich, aber... Noch nicht mal der 80er schafft. Noch nicht mal der schafft. Traurig. Wirklich. Wirklich. Ey, die sind auch nicht ohne. Die können uns stressen. Und die können... Die können so viel machen. Hm. Da geht's schon los. Gerade auf ihn, ne? Gerade auf ihn. Na, immerhin. Kugel mit Kette. Ja, das ist gerade so noch in Ordnung. Ach, die... Die hauen uns durcheinander. Exposed to a killing flow. Ach. Ja. Wisst ihr, und das ist eben das, wo ich sag... Ja, okay. Danke. A singular strike. Wo ich sag... Juhu. Mhm. Okay. Danke. Mhm. So, ich hoffe. Nein. War zu viel gehofft. Ähm... Ne, Gifthaus sieht echt doof aus. Und? So, passt auf. Der hier muss dran glauben. Dann. Betäuben. Okay. Gut. Dann. Heil. Uh. Das war mal eine schöne Heilung. Das war echt mal eine schöne Heilung. So. Dann. Ne. Wir müssen erst den Trommler hier wegmachen. Vielleicht hat er noch. Zwei. So. So, jetzt können wir uns um den kümmern hier. Was hat... Warte mal. Was hast du denn... Oh, der hat ihn betäubt. Was hast du denn eigentlich hier noch? Aha. Ach. Ach so. Ne, halt. Das bist ja du. Ne, du... Genau. Genau. Jetzt mal unsere Rabenschwinge. Unsere wiedergewonnene Rabenschwinge. Wie sieht's nochmal mit Bluten aus hier? Eigentlich ganz gut. Gut. Wie sieht's mit Gift aus? Schlecht. Dann... Ja, das wäre was. Aber ich bin eher fürs Heilen. So. Ja, du bist betäubt. Was eh schon sehr merkwürdig ist. So, was hat man denn hier noch? Gifthauch. Bist du aber echt immun, ne? Na ja, dann... Du könntest natürlich dich wieder in ein Biest verwandeln. Ach, damit stresst du die anderen ja auch. Ah, das vergesse ich immer. Das vergesse ich echt immer ein bisschen. Am besten wäre... Hier. Ein bisschen mehr wäre schon schön gewesen. So, ansturm. Aha. Und betäubt. Das ist nicht so schön. Betäubt ist schlecht. Ich sag's nicht ganz ehrlich. So, jetzt hoffentlich. Naja, elf. Besser als... Besser als nix. Jetzt sind es schon 14. So, auf geht's. Lass'n du jetzt eigentlich hier... Ach, reicht nicht. Weiter nicht. Das ist super. Stresslinderung, ne? Jetzt haben wir ihn, oder? Ja. So, nochmal hier vorne. Kritisch mit 6. Und das ist eben 60. Das war ein kritischer... Damals, vor 50 Jahren. Das war cool. Ich fand das war richtig cool. Wenn jetzt unser Na... Ach so. Ja, hua. Wäre ja beinahe... Wäre ja beinahe daneben gegangen. Ähm... Und jetzt 22. Das ist... Das ist aber immer so, oder? Dass... Die richtig gut heilen, wenn sie es eigentlich nicht brauchen. Perfekt. So, wir sind hier drin. Ja, die haben zu viel Stress hier. Zieh ich ein. Die Frage ist jetzt nur... Ja, wir schauen gleich mal. Oder wartet, wir schauen... Jetzt gleich. Wir haben hier einen Raumkampf. Wir haben aber noch jede Menge. Wie sieht es denn eigentlich aus? Noch zwei Kämpfe. Und noch zwei Kämpfe. Ne. Wir müssen noch die zwei Kämpfe machen. Dann können wir wieder machen. Ist nicht schön, aber... Was soll ich sagen? So, weiter geht's. Ja, das mit dem Stress ist natürlich echt... Ist natürlich wirklich nicht schön. Jetzt kommen wir zum ersten Kampf, ne? So, müsste eigentlich gehen. Wenn wir nicht komplett hier versorgen. Warum sag ich's? Warum? Warum sag ich's noch? Zack. Schwächung. Und Biss. Ausgerechnet. Super. Und Netz. Die mögen unseren Unhold nicht, ne? Ach, schade. Ja, was soll's. So, dann... Was ist denn hier los? Weg mit dir. Ähm... Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ja, was ist denn? So, damit ist er dahin. Ja, im Grunde. Meine Augen sehen Schwachstellen. Oh, nein, das kann man nicht hierlösen. They can't be beaten. Dann werden wahrscheinlich die hier dran glauben. Genau. Oh, nein, das kann man nicht hierlösen. Oh, nein, das kann man nicht hierlösen. Ich habe keine... Ich habe kein Glück, ne? Ihr merkt es. Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Warte jetzt mal, wie viel? 19. Ah, und er machte 11. Ja. Ich hasse dich, du Trommeler des Verderbens. Ja, dann ist es so. Und? Ah, jetzt rummelt der schon wieder. Ich trommel so oft hintereinander. Fällt mir gar nicht. Ähm... Ne, jetzt müssen wir heilen. Jetzt nix. Ja, wisst ihr? Und das ist eben das, ne? Wenn es richtig gut, dann macht der natürlich einen kritischen, ne? Ansonsten, könntest du vergessen, ne? Wie viel hast du denn jetzt? Acht. Und wie viel machst du hier? Ähm... Ähm... Nee. Das ist... Ja, das ist... Nicht schön, aber... Ah, jetzt ist er schon wieder dahin. Ha, ihr habt doch erst... Ich habe es doch nun erst... So, probier nochmal den Glück. Danke. Ich habe es ja nun erst gemacht. Gift auch. Gift auch. Gift auch. Nee, nee. Nee, eigentlich nicht. Zumindest schwächen wir ihn gegen Gift auch und das nächste Mal wäre er dann eher dabei, ne? Wie viel hat er? Wie viel hat er? Vier und acht. Dann wäre es vielleicht das Geschickteste. Sehr schön. Und dann kommst du hierhin. Ja, das können wir nicht ändern. Ja, das können wir nicht ändern. Aha, jetzt bist du da hinten. Ja. Sei es drum. Und... Und? Und, 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 und? Ähm... Vielleicht haben wir Glück. Nein, haben wir nicht Glück. Ähm... Was machst denn du eigentlich hier vorne? Ah, ich kann nicht hinschauen. Ich kann einfach nicht hinschauen. Ähm... Nee. Nee. Ja. Gerne. Gerne. Komm mal hier. Wäre jetzt so schön gewesen. Hm. Null. Null. 14 ist super. Critical. Wir lassen jetzt hier acht und vier sind zwölf. Reicht noch lange nicht mehr. Dann müssen wir vielleicht doch dann mal so richtig draufhauen. Ausgewichen. Juhu. Ah, ist schonendes Ausweichen. Ist natürlich toll. Wenn sie es machen. Ähm... Nee, mach jetzt mal irgendwas. Genau. Achso, du bist da hinten jetzt. Du kannst gar nicht anders. Schade. Nett. Nett. So. Dann kommst du davor. Du kommst wieder hier hin. Ja, und dann wisst ihr ja, was passiert. Boah, das sind noch jede Menge Raumkämpfe. Jede Menge. Ich würde beinahe mal... Das ist auch noch ein Raumkampf, ne? Ich würde beinahe sogar sagen, wir gehen dann einmal hier so quer rüber. Ei, 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 ei. Gut. So. Den müssen wir jetzt trotzdem mal ein kleines bisschen entstressen. Wer hat denn da was? Nee, du nicht unbedingt. Nee, ja, obwohl. Nee. Nee. Ja. Von mir aus. Schnurr selbst. Das ist in Ordnung. So, und jetzt du wieder hier deinen Einzer. Nee, auf Position 1, das Ding hier. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Wenn ich da Position 1, das ist mir egal. Und plus 8 critical. Fände ich super, wenn das funktionieren würde. Tja, das ist nicht schlecht. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, das ist auch schön. Gegen Bluten. Stress wird um 15. Oh, das wäre so schön. Nee, wir machen wirklich mal noch das hier. Ich kann es spüren. Oh, es gibt noch genug Blut. Es kann vergossen werden. Wir sind die Flamme. Also, ich bin froh, dass wir hier so... Oh, nein. Also, ihr seht, das hat nichts mit dem Licht zu tun. Das ist völlige, völlige, völlige random hier. Total random. Absolute random. Ähm... Ähm... Oh, das ist aber dir ganz spannend. Das ist auch nicht so das Wahre. Ach, schade. Hätte ja auch klappen können. Hätte doch auch klappen können. Finde ich. Warte, wenn wir das machen. Ach, kommt! Mach das doch beschissen. Ich finde, das ist eine tolle Beschisse. Beschissen doch. Oh, schaut hin! Was dir an Stress machen? Und 30! Ja. Okay, sehe ich eigentlich. Er kann. Ja, jubba du! Ja, ja, ja! Ja! So, probieren wir es nochmal. Und der hat so viele Plus-Dinge hier, ne? Das ist eben das, was ich sag. Kann eigentlich gar nicht sein. Das ist normalerweise unmöglich. Da wollen sie auf einen, ne? Da merkt man, dass er einen so richtig auf den Kicker hat. Und dass man auch sehr, sehr, sehr viel Pech hat bei dem Spiel. Richtig viel Pech. Okay. Zeig. Perfekt. 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 Perfekt ist es nicht, aber... Perfekt. Perfekt ist es nicht, aber... Ähm, hier. Achso! Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, ich wollte auch den. Ich vergesse es jedes Mal. Suche Blockungen sind unsurzweigend. Diese Tunnel betrachten sogar die frühesten Zettelern. Langsam gehen uns die Fackeln. Also, Fackeln gibt's hier überhaupt nicht. Anscheinend. Wir probieren's nochmal. Oh, die sind ganz getippt. Zack! So, dann... Warum nicht? Wie viel hat der jetzt noch? Neun. Ja, dann... Ah, Siems 13. Mit viel Glück nur noch. Ja, mit viel Glück. Spießt der uns total auf. Nee, ich muss. Den will ich nur noch. Spießt der uns sowas von auf? Ist ja traurig. Ist traurig. Hm. Es ist sehr traurig, finde ich. Ich finde, es ist sehr traurig. Irgendwas Gutes ist noch nie dabei rausgekommen. Mal kurz. Aber jetzt fängt die ja immer zu an. Es ist ein Geprabbel. Jetzt brabbelt der immer zu vor sich hin. Die sind doch so oft dran jetzt. Die sind noch so oft jetzt dran. Oh Gott, ich weiß gar nicht wenig als erstes heilen zu. Ähm... Obwohl dich selbst wahrscheinlich wäre besser gewesen. Acht. Das passt. Warum soll ich dazu was sagen? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist einfach... Oha, der kann nicht. Der kann nicht. Und... Oha, nee. Wieso? Wieso? Es ist so traurig. Es ist einfach nur so traurig. Es ist so furchtbar traurig. Ich finde es sehr traurig. Vor allem, wir haben noch so viel vor uns. Wir haben noch so, so viel vor uns. Ja, wir wissen, dass der Tod überall ist. Und dass du uns das Leben zur Hölle machst. Warte mal. Der ist ja nun sowieso... Nee, Gift ist Quatsch. Also, ja. Ja, erst. Was soll ich sagen? Was soll ich einfach dazu sagen? Viel Pech. Viel Pech. Im ganzen Spiel hatten wir wirklich viel, viel. Im Darksten aller Dungeons. Im Darksten. Im Dunkelsten aller Dun... Wir sind doch nicht mal im Dunkelsten aller Dungeons. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir dorthin gehen? Ins Dunkelsten aller Dungeons? Achso, wartet mal. Ich hätte vielleicht die Kleine hier hinten heilen sollen. Bleib ruhig, Freund. Ähm, wie wär's eigentlich mal so? Mir auch zu schön gewesen. Kritisch 8. Ich mein, kritisch 60, ne? Das war natürlich... Ich hab schon wieder einen kritischen vermutet. Hätte mich nicht gewundert. 8. Sag mal, wie oft hab ich denn auf den schon drauf kam? 8. Dann kommt 8. 3. Wenn man's braucht, ne? Wenn man's braucht. So. Seht ihr, 1, ne? Bleibt 1 übrig? Ja, natürlich. Ist klar, dass 1 übrig bleibt. Ist mir... Ist mir so klar. Wahrscheinlich kommen noch... In der Zwischenzeit noch mehr, Leute. Na, immerhin. Ja, das ist jetzt schwierig, zu sagen. Eigentlich eher ihn hier. Obwohl es eigentlich eher ihr hier... wäre besser gewesen. Es geht ja nur um Raumkämpfe, ne? Ach, da haben wir schon wieder einen Kampf. Brauchen wir eigentlich noch Schaufeln? Schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. Die möchte ich auch mal noch nicht hier weghauen. Vielleicht bekommen wir noch irgendwo hier Nahrung. Und ihr seht, wir bräuchten welche. Deswegen... Kommt das hier weg? Und das hier rein? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaub, das kann was Gutes sein und kann was Böses sein. Ich glaub, es ist alles beides möglich. So, nächster Kampf. Ist auch nicht ohne. Der Kampf ist echt auch nicht ohne. Ah, so wenig Heilung. Es steht aber nicht dort, dass er wenig Heilung bekommt, ne? Schade eigentlich. Gifthauch. Okay. Oh, ne, 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 ne. Ja. Gut. So, warte. So, hauen wir mal den hier drauf. Und... Wie sieht's hier aus? Mhm. Wie... Jo. Schwächung. Achso, Widerstand. Das vergesse ich immer. 30. Immerhin ein Wod. So zwischen rein. Haken kann blumen. Nein. Nein, wer ist das? Ähm... Wird ich eigentlich am liebsten hier drauf. Ja. So. Dann... Hm... Hm... Hm, 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 hm. Wer nochmal? Obwohl, der hätte sich vielleicht eher heilen sollen, ne? Wieso stresst du unsere Truppe, du Idiot. Lieber wär mir eigentlich der, ja. Oder sie vielmehr. So, und... So, und? Kommen wir noch ab? Ja, ist in Ordnung. Habe ich nix dagegen. Da ausreicht nicht. Ah, der kommt ja gleich nochmal dran, ne? Mich hätt's wirklich wieder nicht gewundert, wenn es ein kritischer gewesen wäre. Und wie der Stress uns. Die alte Stress. Ah, jetzt. Das sind immerhin Heilungen, ne? Ähm, das ist jetzt die Frage. Der ist tot? Der ist nicht tot. Noch lange nicht. Hm. Was hätten wir denn noch im Angebot? Ja, ich bin mir noch nicht sicher bei den Schaufeln hier. Naja, jetzt gehen sie weg. Ich bin mir echt nicht sicher bei den Schaufeln. Der an der Stelle ist ja gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Äh, wir lassen dich mal ganz hin. Was soll's. Na? Da braucht man auf alle Fälle einen Einstärkungstrang dafür. Und dann ist er, glaube ich, gar nicht so. Oh no. Nicht schon. Warum denn immer zu so große Viecher? Die ist natürlich hier doof, ne? Die kann aber, glaube ich... Gift auch. Die Gift auch. Ist ja eigentlich ganz... Ja, das ist klar. Das ist klar. Das ist mir schon klar. So. Ah, ich hätte ich gern weg gehabt. Aber... Noch lange nicht. Ja, dich... Trotzdem erst mal... Weg. Ja, weil... Wenn der wieder eine Krankheit auf uns drauf spalt... Naja, auf der anderen Seite noch. Auf der anderen Seite ist es im Grunde kupft wie kopft. Ähm... Am liebsten wäre mir es eigentlich... Eigentlich so hier. Gift auch. Wie viel haben wir jetzt hier? Acht Schaden, 13. So, jetzt darf er nochmal seinen blöden Ansturm machen. Ist in Ordnung. Ja, warum fliehen wir nicht? Gut. Gute Frage. Echt gute Frage. Ja, du... Musste ich erst mal wieder... Raufheilen. Probier mal dein Glück. Zumindest... Achso, schwächen wir ihn hier. Ähm... Ja, schön. Ja, es ist die Frage... Ich glaube, so ist es erst mal ganz gut. Obwohl, der müsste eigentlich dann auch mal so richtig draufhauen. So, probieren wir. Ohne Glück, ohne Glück. Schön. Manchmal klappt es ja. Manchmal klappt es ja wirklich. Ähm... Dann haben wir erst mal wieder alles geheilt, was zu heilen ginge. So, jetzt mache ich es trotzdem mal anders. Ach, da hätte ich es auch... Ich habe gedacht, der macht mehr Schaden. Plus 20 Prozent. Wo ist diese plus 20 Prozent, frage ich mich. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht diese plus 20 Prozent, um ehrlich zu sein. Seht ihr die? Das sehe ich nicht. Nein, ich sehe sie nicht. Ich sehe sie wahrhaftig nicht. Wir haben keine Schaden als Teile, weil Rabenschwinge irgendwie versorgt. Meines Erachtens. Ja. Dann wahrscheinlich... Nee, nichts mehr dran. Die City ist Killer. Okay. So, nächster Raumkampf. Oh, wenn hier auch noch drei Raumkämpfe... Es sind zu viele von den Raumkämpfern. Warte jetzt mal. Jetzt können wir... unseren Letzten... uns hier nochmal stärken. Ein Objekt der Erlösung. Wie wäre es? Im Grunde ist egal, wie... Wir wären die voller Trott. Der war nicht... Eigentlich hätten wir lieber den nehmen sollen. Ich habe gedacht, vielleicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Glück. Das ist schon lange nicht mehr hier. Glück gibt es in diesem... Grauen hier nicht. Auf der anderen Seite könnten wir hier sogar mal... Aber der Trommler, der ist noch da. Verdammt. Keine Chance. Und da trommelt er. Und da trommelt er unseren Stress nach oben. Und jetzt stressen sie uns. Was das Zeug bringt. Und sie ist schon so. Wenn die jetzt hier... Dann ist aus. Dann wird sie am Herzinfarkt sterben. Ja, ich weiß. Warum fliehen wir nicht? Du hast ja recht. Du hast ja recht. Aber ich mag nicht fliehen. Ich meine... Es ist halt immer noch... Ich habe halt immer noch die Hoffnung. Dass ich 100% aller Rahmenkämpfe abschließe. Aber... Die Hoffnung... Das stirbt, ne? Du weißt, dass du stirbst irgendwann, ne? Du weißt das ganz genau. Genau. Der hat verlangt. Der hat lange durchgehalten. Obwohl er plus 30, ne? Jetzt geht's rund. Ach man. Wir haben kein Glück, wir haben kein Glück, wir haben kein Glück. Juhu. So, wie viel lasten du noch? Drei bis fünf und elf. Passt nicht hinten und nicht vorne. Dann heilen wir eben. Naub. Naub ist hier der einzige hier... Na... Ich sag ja, Naub ist hier... Und... Jetzt. Fünf. Vielleicht wieder nicht. Gleich ist unsere Barbaren dran. Und dreht durch. Dreht frei. Natürlich, übrigens... Da ist er schon. Und, Achtung. Oh! Ich werde verrückt. Wie kann das sein? Rabenschwinge. Wie hast denn das gemacht? Die Ahnen haben dich gesegnet. Traumhaft. Hätte ich nie vermutet. Echt nicht. Wirklich unwahrscheinlich. Hätte alles vermutet, aber nicht... Dass du tugendhaft wirst. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, wie das ist. Oh, ausgewichen. Auch schon lange nicht mehr. So. Zack. Ich hab gedacht, es kommt nur ein kritischer raus, aber... Hier nicht. Da kommt ein kritischer. Endet aber nichts an der Tatsache, ne? Vielleicht mit dir... Ach so, jetzt. Ähm... Mach mal dich selbst. Heil mal dich selbst. Ähm... Schwierig. Ach so, wer wird zaudern? Ja, 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 ja. Ich weiß. Ja, passt. Wartet mal. Da kommt noch jemand, ne? Was machst du denn da hinten? Hm... Eigentlich... Müssen wir den... Ne, ich hätte... Ich hätte den da vorne nehmen. Ja, 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 die haben dich gesegnet. So, wartet. Hier, hier noch fünf... Ja, jetzt! Seht ihr! Und das ist immer das. Jetzt kommt's. Was ist denn das? Ein Taschentuch. Ein Taschentuch? Bitteschön. Langsam gehen uns die Fackeln aus. Die Fackeln aus. Die Fackeln aus. Langsam gehen uns die Fackeln aus. Hm. Glittering Gold, Trinkets and Baubles. Okay. Bait for in Blood. So. Und jetzt ist eben die große Preisfrage noch. Was werfen die uns noch entgegen? Was werfen sie uns jetzt noch entgegen? Haben wir eigentlich noch Schaufeln? Die haben wir weggeworfen, ne? Dann anders. Ja, dann müssen wir ja hier nochmal durch den Kampf. Dann lieber die Dunkelheit. Oder? Als noch so ein Kampf. Ach, warum hab ich die Schaufeln weggeworfen? Warum, warum, warum? Ah, wie ihn. Nimm wir den? Besser noch. Haben wir noch eine Fackel? Eine haben wir noch. Wegen einem, ne? Achso, das können wir jetzt. Wegen ein... Oh Gott. Und vor allen Dingen, wir müssen ja zum... Na gut. Zum Schatzraum noch. Mitten in der Nacht. Ach, du grüne Neun. Ähm. Uh. Hm. Hm. Interesting. Ja, dann kommt... ... hier raus. Oh, oh. Nein! Hm. Okay. 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 Nein. Im Endeffekt, ne? Aber ich wollte diesen... Ja, aber wenn wir jetzt noch jemanden verlieren, dann habe ich natürlich nichts dabei gekonnt, ne? Wenn wir jetzt noch zum Beispiel unsere Super Maja verlieren, dann habe ich echt komplett nichts dabei gekonnt. Gar nichts. Überhaupt nichts. Niende. Nothing. Wir haben eine Chance. Keine große, wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance. Okay. Ja, ja. Ich weiß. Du sollst nicht mehr stressen. Du stressst dich noch zu Tode. So, Netz. So, Netz. Schwächung, Betäubung. Biss. Und nochmal Gift. Traumhaft, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, probieren wir's. Danke. Ah, wieder auf ihn. Wieder auf ihn. Okay. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie zum Geheimrahmen kommen, ohne dass uns was passiert. Was sagt ihr dazu? Ist es, ist, ist das zu schaffen? Hm, was raus, na? Ehrlich zu sein. Ahnenschatz, plus, plus. Obwohl, wahrscheinlich das Buch war ja mehr wert als... Natürlich war das Buch mehr wert. So, und jetzt kommt das, wo ihr jetzt alle aufschreit. Vor Grausigkeit. Wie kannst du das machen? Wie, so? Und ihr habt recht. Ihr habt recht. Die Gier. Die Gier zwingt mich. Die Gier. Achso, ihr habt mir gesagt... Wer hat es mir gesagt? Ich weiß gar nicht mehr wer. Dass ich die Köpfe mitnehmen soll, die einfach bei mir einlagern. Ist natürlich doof, aber ich mach's. Ist natürlich jetzt total doof. Weil... Was soll ich jetzt hier raus tun, ne? Ach, Mann. Aber... Aber es ist wahrscheinlich... Wenn das dann nicht so ist, ne? Wenn das dann... Obwohl... Schreibt mal hin, plus 30... Aber schreibt mal hin, was das für Stressschirmen... Äh, achso, warte, wir haben ja hier noch was. Ich weiß, das brauchen wir eigentlich nicht. So. Das macht es trotzdem immer. So, einen Kopf haben wir. Hm. Und den anderen? Tausend. Tausend. Haben und nicht haben. Tausend. Ahnenschatz. Das ist bestimmt mehr wert als tausend. Ja, dann müsst ihr dran glauben. Dann mach ich's jetzt so, ne? Und wir... Wir, das stimmt nicht. Ich komm zu euch. Haben wir's. Oh Gott. Das war ein... Das war ein Run, ne? Ai, 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 ai. Aber der hat auch was gebracht, ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Der hat natürlich echt was gebracht. So, mal schauen. Aha. Hätte ich gar nicht gedacht. Weil die war ja tot schon, ne? Okay. Narb. Das wäre schön, wenn wir... Obwohl, will nur bieten. Echt? Narb, du bist ein Richter. Warum nicht? Na, müssen wir mal schauen. Ja, das wäre schön, wenn das wieder wegging. Das müssen wir auch mal schauen. Das wäre ja auch in Ordnung. Tschau, tschau.